Man muss mit der einen Hand einen stabilen Wirbel aufbauen. Dann kann man mit der anderen Hand dazu Rhythmus machen. Dann kann man mit der anderen Hand aufbauen. 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 Das ist auch eine Musik, die von den farbigen Negern erfunden wurde. Das ist eine Musik des Widerstandes und dort wird eben sehr viel improvisiert im Jatz. Und das stellt man unter Beweis, indem der eine A spielt und der nächste dazu B sagt, C, D und bei Z ist Schluss. Nee, wir machen keinen Jazz, aber ich wollte es nur, weil ja auch viele Laien hier sind, vermitteln. Vielleicht, mir fällt immer nichts ein, was willst du denn vor das Spiel? So, naja, ich mache immer so, gerne drücke ich hier auf die 5. Wenn das irgendwie Ost klingt, wenn das irgendwie Ost klingt und dann oft so. Und dann klingt das so ein bisschen wie das klingt. So, das check будет. So, dran ist es, wenn du bist. So, mosne dich. So, das Democr elaborate. So, Know was geht uns! So, Know course. Untertitelung des ZDF, 2020